Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zum Niedertraffelball 2017 begrüßen. Es freut mich natürlich sehr, dass Sie so zahlreicher Stimmen sind. Ich hatte schon die größten Bedenken, dass die Grippewelle auf unsere Ballbesucher heimsucht. Aber wie mir scheint, singen und tanzen hält doch gesund. Es ist was dran. Und wir eröffnen im Ball, wie in Wien, im Opernball alles Walzer. Was Sie können, können wir auch. Schöpfe und Schöpfe in Wien Amen. Amen. Amen.